Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Predator Harding Grounds Ja beim letzten Mal haben wir unklafte Schnauze gericht Werden wir dieses Mal auch bekommen Und warum die Missionen momentan alle bei Nacht sind Keine Ahnung Ich muss mal gucken wie man da was einstellen kann oder was Oder ob man da was einstellen kann Denn ich würde auch gerne mal eine Tagrunde haben So jetzt bin ich ruhig Stargazer bezahlt einen besonders brutalen Drogenbaron Damit er die Region destabilisiert und mit billigem Rauschgift überschwemmt Ohne Eingriff bricht die komplette Wirtschaft ein Wenn Stargazers Schachzug von diesem Drogenbaron abhängt Entfernen wir ihn eben vom Spielbrett Äh Machtwort Haha 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 Los, 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 los! Modo 1, 2, 4. Euer Ziel ist ein Drogenbaron, der sich in einem Lager an den folgenden Koordinaten befindet. Viel Erfolg! Jopp, wissen wir! Das ist er! Scheidet ihn aus und bestätigt den Abfluss! Die Alarmungen für alle Lager an der Umgebung sind! So wie sich deren Funk angst, riechen die den Braten! Seid vorsichtig! Ein Körperdouble? Der Typ meint dran! Sucht nach Infos, mit denen wir den Bereich eingreifen können, indem er sich aufhält! das ist ein Drogenbaron zu hinterlegen! Ja, das ist richtig! Du hast auch die Hände gefangen, du hast auch eine Lagerungen von Krimz. er ist da nicht nur zufrieden, Ich will so nicht kommen. Ey, ich brauch hier Hilfe, Jungs. Komm mal rüber jetzt hier. Ich will kotzen. Komm Männer, wieder zurück zur Mission. Das Lager bei diesen Koordinaten ist unser bester Anhaltspunkt. Ewig verstecken ist nicht. Der scheiß Predator hat sich wieder geheilt, Männer. Er hat sich da drin verbarrikadiert? Scheiße, da müssen wir echt mal was tun für unser Geld. Okay, Feuerteam, fucket sein Zeug ab. Vielleicht loggt ihn das hier aus seinem Verschleck. Ich markiere den Ort für Verstärkungen. Shut the fuck up. I'm out. Ha, jetzt mach den Weg zu kalt. ayan Pfaff Das ist gute Arbeit, Voodoo. Wir haben einen persönlichen Terminus. Wir sind in den Arm aus! Scheiße! . 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 go 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 rechtzeitig hier warst money money irgendwo muni alter hatte mich hören ich brauche munition habe nichts mehr goll jetzt liebe ich dich alter können wir entkommen Lenkt ihn ab, lenkt ihn ab, lenkt ihn ab, lenkt ihn ab, weiter, weiter. Oh, ihr blöden Huchenzöhne, wo seid ihr denn? Oh, töte die Mistmane, töte die. Hey, wenn du da mal so ein paar Kloppskin dabei hast, die so eine Schlaftrümme sind, Alter. Wir hatten ihn. Wir hatten ihn, Männer, er war tot. Er konnte noch die Bombe zünden, mehr konnte er nicht. Wir haben es aber geschafft, wir haben den Predator gekillt diesmal. Wir sind aber nur leider zu früh abgehauen. Das war's auch schnell mit der Runde. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, hat gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.